Hallihallo! Es hat geregnet und ich bin nach drinnen geflohen. Ich bin jetzt am stimmen und ich bin hier mit dieser hier fertig geworden. Die habe ich gestimmt mit ner Drone sowie die eine im letzten Batch, wo ich euch auch das Video gezeigt habe und die wurde direkt verkauft und deshalb dachte ich muss noch mal eine bauen. Die hier ist in A-Moll-Pentatonik, also eigentlich A, C-Dur. Passt beides. Einmal das C als Drone und dann noch mal das hohe A, das tiefe Arsch selber. Und dann haben wir noch eine Besonderheit. Das möchte ich euch zeigen. Diese hier. Ich habe mal eine andere Anordnung von Tönen ausprobiert. Und zwar ist die wie eine Handpan angeordnet. Und zwar rechts, links, 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 links. Und dann kann ich es euch noch mal zeigen. Und zwar ist das hier das C. Ich finde es eigentlich ganz cool. Die allererste. In diesem Style. Für heute mache ich Feierabend. Ich habe jetzt noch zum Schluss noch mal eine Trommel gestimmt. Die ist auch etwas besonderes geworden, weil ich mich ein bisschen verschnitten habe. Weil mein Visier irgendwie foggy war und ich dann nicht richtig sehen konnte. Aber darum gibt es jetzt auch eine im Tongue-Drum Style mit Drone in E. Und die hier ist auch echt richtig schwer. Die ist so eine von den dicksten, dickwandigsten Gasflaschen, die ich hier hatte. Und darum ist der Klang auch ganz besonders gut. So. Dann zeige ich euch das mal. Also erstmal mal hier, vielleicht von oben. Hier sieht man links, rechts, links, rechts, ah ne, sorry, rechts, links, rechts, links, links. Und hier ist halt die Drone. Ist eigentlich an einer ganz coolen Stelle, weil dadurch, dass die so länger ist als die anderen, fällt sie halt richtig auf. Das heißt, man kann es nicht vergessen. Nicht übersehen quasi. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, und die klingt eigentlich echt auch cool, weil halt die tiefste Note ist die Drone. Das heißt, man hat den Grundton, der eigentlich immer mitschwingt. Oder echt immer mitschwingt. Länger mitschwingt, sagen wir mal so. Juhu, Feierabend!